so leute schön dass ihr wieder dabei seid heute geht es um bewegung heute wollen wir mal ein bisschen bewegung in die bilder bringen was ich genau meine zeige ich euch auf dem monitor porsche 911 autorennen habe ich hier mal fotografiert ewig lange her wobei das ist noch kein autorennen das ist noch stehen also der fährt noch nicht und wir wollen hier mal zeigen wie wir es relativ einfach hinkriegen das auto in bewegung zu bekommen gibt es wieder tausend verschiedene möglichkeiten wir zeigen immer gerne wie wir es machen es gibt bestimmt viel bessere viel feinere bei uns soll es schnell und einfach sein weil wir die videos ja hauptsächlich für naja anfänger will ich mal sagen machen was machen wir da wir werden erst mal die hintergrund ebene duplizieren ich ziehe diese ebene hier auf dieses plus und ich erstelle mal eine auswahl von dem motiv das kann ich wenn ich die schnell aktion hier eingestellt habe einfach mit einem klick machen also fast so ganz fein ist sie noch nicht wenn ich die dann noch verändern möchte dann will ich mir das werkzeug aus was ich haben möchte und bei gedrückter alt taste kann ich hier dann von dieser auswahl auch ein bisschen was weg nehmen wieder guck mal das muss jetzt auch gar nicht so ganz genau sein wie gesagt ist ja nur so schnell mal zeigen wie wir es machen könnte da vielleicht noch mal reingehen und die ecke noch mal dazu ach das reicht mir eigentlich auch schon und mit command j bringe ich diese auswahl auf eine neue ebene ich gehe noch mal an diese hintergrund ebene kopie zurück und erstelle noch mal eine auswahl davon da würde ich jetzt hier drauf gehen und objektauswahl auswählen und ich nehme mir den porsche noch mal rein was ich jetzt mache ich muss diese auswahl noch mal treffen und dieses objekt jetzt entfernen weil wir im nächsten step den hintergrund zu verwischen und wenn wir das auto nicht ausgewählt haben dann verschwimmt das auch so das sieht so ziemlich unnatürlich aus also werden wir jetzt hier mal unter auswahl 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 verändern erweitern rund um diese auswahl mal fünf pixel dazugeben also auswahl erweitern fünf pixel ok und ihr seht wir sind jetzt hier fünf pixel weiter weg von der normalen auswahl und wenn wir jetzt in diesem feld sind und die rechte maustaste drücken dann können wir sagen fläche füllen inhalts basiert das ist wichtig dann drücken wir mal ok und jetzt ist es verschwunden das können wir jetzt nicht sehen weil wir die obere ebene unsere erste auswahl aktiviert haben wenn wir das mal wegnehmen dann sehen wir aha das auto ist verstunden verschwunden mit command d hebe ich die auswahl mal auf so dass es jetzt hier in der mitte alles nicht so ganz perfekt ist das braucht uns jetzt überhaupt nicht stören das ist für uns gar nicht wichtig wir bleiben auf dieser ebene und gehen jetzt mal auf filter weichzeichnungs galerie fahrt weichzeichnung und ihr seht da schon was passiert nämlich in dieser richtung wird das alles ein bisschen wischiger jetzt kommt so ein bisschen bewegung rein ihr sieht das hier an diesen orangen feiern das ist so als wenn man mit der kamera so mit wischt und da können wir hier auch noch einstellen die geschwindigkeit oder eine verjüngung wenn die bei fast null ist dann passiert gar nichts und ich lasse die immer so ungefähr bei zehn prozent geschwindigkeit 99 prozent und was wir deaktivieren sollten das ist die zentrale weichzeichnung weil es dann wirklich in eine richtung geht nämlich in die richtung in diesem fall nach hinten da wo der pfeil hin zeigt so das bestätigen wir jetzt einfach mal mit okay und wenn wir jetzt mal das auto wieder dazu holen dann ist da schon ein bisschen was passiert diese beiden ebnen werde ich mal zusammen auf eine ebene reduzieren und diese werde ich jetzt mal duplizieren weil das ist so schon ganz ganz cool aber es fehlen ja zumindest noch die räder wir gehen auf filter weichzeichnungs galerie kreisförmige weichzeichnung und dann gibt er uns schon gleich so ein kreis vor und den setze ich hier mit dem mittelpunkt mal in diese felge und ich kann hier an der seite anfassen und das kleiner machen wichtig ist dass ich nicht in der felge bin sondern der reifen dreht sich ja auch dass ich wirklich hier an die kante der karosserie gehe damit das auch vernünftig ist mit enter kann ich es bestätigen und ich mache das gleiche nochmal filter weichzeichnungs galerie kreisförmige weichzeichnung und ich kriege wieder so einen fertigen kreis und den setze ich hier mal genau in die mitte und ich kann den kreis außen anfassen und ziehen auch hier über felge und reifen und drücke enter das ist zugegebenermaßen die ganz schnelle variante aber wenn wir uns das jetzt mal anschauen mit gedrückter alt taste auf der hintergrund ebene das auge weg klicken habe ich immer das schönste überhaupt vorher nachher und irgendwie sieht das sogar aus als wenn der jetzt startet oder los geht's steht los geht's steht los geht's das war ziemlich einfach das können wir nochmal machen mit einem moped das ist etwas schwieriger da müssen wir es etwas anders machen wobei eigentlich nicht eigentlich benutzen wir die gleichen werkzeuge wir schauen uns das einfach mal an wir duplizieren wieder die ebene hintergrund ebene einfach auf dieses plus ziehen und lassen photoshop mal ein motiv auswählen wie gesagt das kann man mit einem klick machen wenn schnell aktion ausgewählt ist motiv auswählen die ist es jetzt alles ein bisschen schwieriger da gehen wir mal ein bisschen weiter rein auch das muss jetzt nicht ganz genau sein wir wollen natürlich so ein paar stellen wiederholen also hier zum beispiel ein bisschen da ein bisschen ich glaube wir können hier unten am schuh die ecke noch mal weg nehmen wir brauchen wenn wir den pinsel ein bisschen größer machen brauchen wir natürlich auch die ganzen speichen hier die wollen wir alle auswählen hinten auch gehen wir auch einmal rum die wollen wir auch alle auswählen das wollen wir nicht auswählen das heißt wir gehen hier mal rein in diesen lehrraum und mit der alt taste gehe ich die auswahl dann um und kann dann das weg nehmen was ich nicht haben will alttaste drücken hier noch ein bisschen ran gehen aber auch das leute das muss nicht so ganz perfekt sein wirklich nicht naja das wenn ihr es perfekt haben wollten müsst ihr es perfekt machen das ist ja auch klar so das nehmen wir noch mit aber sonst sieht das schon finde ich ganz gut aus hier oben nochmal und dann links das holen wir uns auch noch mal so aber ich glaube das ist jetzt so schon das ist jetzt glaube ich so schon ganz gut zumindest zum zeigen was wir vorhaben dafür reicht das hier alle mal auswahl da war noch ein bisschen mit das ein bisschen frickelig hier hier mehr mühe man sich gibt desto besser sieht es nachher aus wenn wir die auswahl getroffen haben mit command j haben wir den jungen man ausgewählt das ist jetzt schon mal so unsere grobe auswahl wir machen das gleiche wie eben bei dem porsche wir können das hier mal ausblenden wir nehmen uns hier nochmal die auswahl weil auch hier müssen wir die person mit dem moped hier wieder entfernen damit wenn wir diesen verwischungs filter einsetzen damit sich diese die ganzen damit sich das nicht so komplett verwischt weil das sieht dann sehr sehr unrealistisch aus also wir gehen noch mal auf objektauswahl werkzeug ziehen einfach mal ein großes rechteck drüber schau mal was photoshop mehr anbietet und jetzt können wir noch ungenauer arbeiten weil jetzt wollen wir ja nur teile entfernen also ich würde hier glaube ich noch den baum wieder rausnehmen also mit ich mache das mal ein bisschen größer mit also zack das können wir nehmen aber den rest können wir eigentlich fast so lassen wie er ist und sagen jetzt wieder auswahl verändern erweitern ich nehme mal fünf pixel klicke ok und ihr seht jetzt ist der abstand fünf pixel von dem was wir ausgewählt haben und wenn ich jetzt wieder mittendrin bin und drücke die rechte maustaste dann sage ich fläche füllen inhaltsbasiert dann nimmt er alles was drumherum ist und rechnet den typen auf dem motorrad weg das sieht jetzt zugegebenermaßen nicht so schick aus ist aber nicht so dramatisch weil das wird ja eh gleich verwischt was jetzt so ganz hart ist das können wir hier nochmal schnell wegnehmen so zack weg und der fällt noch ein bisschen auf weg ok mit command d geben wir das wieder auf wir bleiben jetzt auf dieser hintergrund ebene und gehen wieder auf filter um bewegung reinzubringen weichzeichnungs galerie fahrt weichzeichnung und ihr seht das verwischt sich wieder in eine richtung wir bringen ein bisschen geschwindigkeit rein wir können das hier noch mal ein bisschen verändern hier haben wir die einstellung wir können die geschwindigkeit erhöhen dann verwischt es mehr ich würde hier wieder die zentrale weichzeichnung ausschalten weil das dann wirklich in einem fluss in eine richtung macht reicht uns so völlig aus wir klicken ok und wir schauen uns das moped an da ist das moped und der hintergrund ist schon so ein bisschen verwischt sieht jetzt noch natürlich nicht realistisch aus weil er immer noch steht ich verbinde wieder oder ich bringe diese beiden ebenen auf eine ebene da gibt es auch tausend verschiedene möglichkeiten wie man es sonst macht wir machen es halt so ist irgendwie auch gewohnheit die ebene duplizieren wir und gehen jetzt auf filter weichzeichnungs galerie kreisförmige weichzeichnung und da ist wieder dieser strudel der uns gleich angeboten wird den setze ich einmal hier hinten auf die achse und wichtig ist jetzt dass ich nicht zu weit dass ich ja genau dass ich nicht zu weit reingehe damit die stollen von diesem reifen auch in bewegung bleiben ich muss also ein bisschen drüber bleiben ich bestätige das mal mit ok und ich mache das noch mal filter weichzeichnungs galerie kreisförmige weichzeichnung da kriege ich wieder ihren neuen strudel und das mache ich da auch den setze ich auf den mittelpunkt der achse und achte darauf dass ich über den noppen von den reifen bin das kann da gerne so ein bisschen verwischen so bestätige ich dann auch was ich jetzt mache ist ich lege mir da eine maske an und das mache ich indem ich die options taste drücke und dieses symbol klicke jetzt ist der effekt weg aber mit einem pinsel mal ich mir den effekt dahin wo ich ihn haben will und ich will ihn natürlich nicht an dieser gabel haben sondern drumherum also drumherum heißt das rad soll sich auf jeden fall drehen und bewegen also verstrudeln gibt es das wort verstrudeln gibt es wahrscheinlich nicht ist auch egal auf jeden fall ist es anders als beim auto hier habe ich noch ein teil was sich nicht bewegt während der fahrt und das ist in dem fall hier diese gabel und im hinteren ist es die heiße schwinge ich glaube das heißt schwinge achse achse heißt es müsste schwinge heißen also hier mal ich mal um diese schwinge rum und das hier weiß ich doch dass die bremsscheibe die bremsscheibe dreht sich auch mit der schlauch bleibt aber und den ganzen rest mal ich mir wieder schön aus und zeichne mir da eine bewegung rein also nochmal leute das kann man garantiert schicker machen und noch realistischer hier geht es darum schnell und einfach so ein paar effekte zu erzeugen das ist das was wir erreichen wollen so das gefällt mir schon ganz gut und wir sehen ja auch in der maske da ist die schwinge da ist gabel so jetzt pass auf jetzt kriegt ihr noch eine kleine ebene schwarze vordergrundfarbe pinsel er kriegt hier noch mal ein strich kriegt da noch mal ein strich und er kriegt da drunter noch mal ein strich und mit filter weichzeichnungsfilter gaucher weichzeichner ist das noch mal so eine art mini schatten das zu doll so so würde ich es aber schon fast stehen lassen so zack also ganz schnell ganz einfach wir drücken die alt taste und klicken hier um das auge weg vorher nachher vorher nachher so und wenn man es nicht weiß dann kann das schon sein dass er mit seinem fuß dieser den so ein bisschen absetzt zum driften das kann man hier bestimmt noch ein bisschen bisschen schicker machen ein bisschen mehr ausschneiden aber wie immer je mehr mühe man sich gibt desto schöner wird es unser ziel ist es immer den leuten die ziemlich neu sind bei photoshop ein paar tricks und kniffe zu zeigen wie sie schnell zum gewünschten ergebnis kommen und ich hoffe das hilft der lust hat das nachzumachen soll es gerne machen viel spaß und wir sehen uns beim nächsten tipp